Da, guck mal, da ist so ein Schippen. Jetzt, guck mal, da ist so ein Schippen-Symbol. Oh, was geht's los? Oh, wie schreit die denn? Warum schreit die so? Aldemar, HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit We Happy Few. Ganz genau. So, es geht weiter. Ich muss mich beeilen. Wir sind jetzt hier in dem Haus mit dieser Kiste und ich muss hier einen Lockpick bauen. Wir wollen nämlich die goldenen Schallplatten suchen. So langsam war sicher, funktioniert alles. Und die Aufwärmphase ist vorbei. Hat denn nur 10 Runden gedauert? Ich war wirklich 10 Runden lang planlos. Aber jetzt funktioniert irgendwie alles. Bring the three golden bla bla back. Ich würde dieses kleine Spielzeugflugzeug hier haben. Das ist eine Spitfire, ne? Oder sowas ähnliches. Rules, pretend you, pretend you rules the way. Puffleinen. Okay, wir sind hier fertig. Ich hab alles mitgenommen, was hier so war. Die ist auch keiner mehr. Die sind alle abgehauen. Guck mal hier. Oh, guck mal, kleines Stofftierchen. So, jetzt haben wir das, haben wir das. Ich muss mal grad ein bisschen auf Distanz gehen. Hier. Oh, da sind sie alle. Okay, wo will ich hin? Wir haben ja noch Bridge bla bla bla. Wie viele haben wir? 11 PM 11. In das Mystery House können wir noch gehen. Wir können aber erstmal zurückgehen. Wir gehen erstmal zurück. Wir gehen erstmal zurück. Ja, 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 ja. Muss ich lang? Wir sind da lang. Okay, hoch und dann zweite links. Macht's gut! Ich hab euch alle leer geklaut. Ne, 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 ne. So, das war auf jeden Fall sehr gut. Da war ich auch noch nicht drin. Potluck Day. Potluck Day. Sehr gut. Ah, hab ich schon leer gemacht. Ah, hör, noch mehr Verseuchte. Mann, ich wollte doch unbedingt so ein Mittel machen. Tiny Bed. Ja, noch gar nicht. Wir schlafen, wir schlafen im, in der Mittel, im, 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 hier. Da schlafen wir. Da machen wir einen Break. Bis dahin müssen wir laufen. Alles leer. Bugger off. Weil wir müssen sowieso hierhin zurück. Also müssen jetzt hier nicht alle Quests machen. Wir können doch mal hier gucken, ob ich da nochmal eine Quest erfüllen kann. Sonst... Sonst machen wir erst hier wieder Quests. So, wir gehen nämlich unten jetzt in die Stadt. Sesam, öffne dich. Sehr schnell. Klingt aber schnell. So. Oh, Ladezeiten. Na gut. Oh, guck mal, ich bin noch im Sprintmodus. Die Fahne ist ja auch noch super stabil. Gehen wir... Komm, wir gehen hier am Dingens entlang. Ich brauche jetzt zu essen. Hier. So. Wo bist du denn, du schönes... Blaues Bärchen? Okay. Okay. So, hier kann ich dran vorbei. Das weiß ich. Möge es funktionieren. Danke. So, jetzt gehen wir noch hier entlang bis zur Brücke. Und dann können wir wieder auf die normale Straße laufen. Obwohl, wir können auch bis zu unserem Zuhause hier lang laufen. Ich sage, ich laufe zu weit. Das kann auch sein. Ist alles möglich. Ich dachte, ich kann mich erinnern. Hallo. Danke für die sehr wichtige Fragen, Herr Tulloch. Und ich habe eine Lösung. Solution. Bla, 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 bla. Ganz schön erbärmlich. Ich muss gleich schlafen gehen. Oh, ich muss schlafen gehen. Wir sind ja gleich da. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, du bist gleich da. Du bist gleich da. Und Durst haben wir auch. Oh, wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Haha, wir sind da. Wir sind da. Oh. Bässerchen. Machen wir noch voll? Meine Güte. Oh, jetzt muss ich wirklich gar nicht pinkeln gehen. Oh, es ist schon die dritte Folge, wo ich hier spiele. Und jedes Mal muss ich immer mehr Pipi machen gehen. Du, du, du. Ist nämlich jetzt vorbei. Sendezeit. So. Schlafen. Oh. So, Essen, Mann. Atme doch nicht immer so schwer. Du hast keinen Asthma. Ich hab Asthma. Stu. Stewie. So. Kann ich da auch Essen kaufen eigentlich? Potato. Potatoes. Guck mal, es ist voll. Dann lassen wir den Rest bei mir im Inventar. No room. Healing Ball nehmen wir dann raus. Brauchen wir sowieso jetzt wieder. Irgendwann muss ich echt aussondern. Wie sieht's denn hier aus mit, ähm, mit Katzen und Antiseptic. Needs Chamicle Station. Haben wir nämlich gar nicht. So, ich soll die mal rausbringen, habt ihr gesagt. Machen wir das nochmal. Mrs. Stokes. Geht gar nicht mehr. Es geht jetzt gar nicht mehr. Oh, das konnte man manchmal. Na gut, okay. Sie bei Doom, ey. Wenn man die ganze Zeit verwundet wäre. Ja? Da, sie hassen mich alle, weil ich hier so gekleidet bin. Crazy Legs. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Wir gehen... Was wollte ich machen? Ich hab's vergessen. Wir wollten zurückgehen, ne? Ja. Wieder in die, äh, ins reichen Viertel. Und dann da in der Chemiestation was bauen. Auf jeden Fall, wenn wir mal verseucht sind, dass wir da ein Gegenmittel haben. Ah. Oh. Boah. So, wie aufliegt die Tür noch auf. Guck mal, das sieht toll aus, oder? Mit diesem ganzen Nebel und diesen bunten Farben und so. Oh, bunte Farben. Viele bunte Farben. So, jetzt hier rüber. Durch den Bobby-Gang. Ich mach das mal zu, ne? Das Banker. Oh, Ladezeiten. I'm afraid we have come to the end. Of our time. Don't let the black dog in. Das ist ein tolles Bild. Duncan Books. Ich lese alles Millionen mal vor, ich weiß. Weil ich immer vergesse, irgendwie das rauszuschneiden. Weil ich ein bisschen faul geworden bin. Das wird aber bald wieder, äh. Ich hab das damals bei Fallout auch mal gemacht. Die Ladezeiten rausgeschnitten. Aber irgendwann wurde ich faul. Und ich meine, warum? Das ist ein paar Sekunden, ja? Und ich denke, so viel Zeit können wir noch mitbringen. Ich bin ja da, ja? Ihr guckt doch immer nur wegen mir und nicht wegen dem Spiel wahrscheinlich, oder? Ich bin doch so toll. So. Okay. So, wir wollen, ähm, da runter. Wie viel Geld haben wir eigentlich jetzt? 43. Wir brauchten, wir brauchten wir denn nochmal, die Wealth. Wir bringen jetzt erstmal die, die, ähm, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die, ihr wisst, was ich meine. Äh, die goldenen Schaltplatten. Wakey, wakey, everyone. Ja, ist morgens früh. Stimmt, wird grad Tag. Oh man, wie ihr mal rumlauft, ey. Wenn ihr wüsstet, wie ihr rumlauft. Hier muss ich lang. Ich weiß schon mal. Oh nein, das ist eine Sackgasse. Aber da kannst du ja hochspringen, Aldemar. Oh, aua, voll auf die Knie. So. Wie alle in den Pfützen rumspringen. Fernseher sich in meine Richtung dreht. So. Das ist die richtige Straße. Oh, ist ein bisschen Performance manchmal echt. Äh, bricht noch ein bisschen ein. Also perfekt ist es noch nicht. Barte an einem Talk. Bring three golden crest. Odds and ancestors been completed. Ja, und dann habe ich dafür irgendwie Geld bekommen? Nein. Minus zwei, minus drei. Was brauchen wir jetzt für die Pipe? Fünfzig. Nja, 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 nja. Wir haben ein DSM-Pill. They say DSM clean cleanses the doors of perception. But some say it's just a placebo. Was könnten wir denn dir geben? Was könntest du denn mögen? Was könntest du denn lieben? Komm, wir suchen mal, äh, das gibt es bestimmt noch irgendwo anders. Wir suchen jetzt mal. Irgendwo. So, wir gehen jetzt. Lovely day for it. Lovely day for it. Lovely day. Lovely day. Milord. 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 Guck mal, da ist so ein Schippen. Jetzt, guck mal, da ist so ein Schippensymbol. Oh, was geht jetzt los? Oh, wie schreit die denn? Warum schreit die so? Oh, mach mir doch nicht so eine Angst. Meine Güte, Walter. Oh, ich geh hier lang. Nö, 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 nö. Oh, ich mag Gassen. Hier war ich aber schon. Ich hab mich irgendwo in einem Haus eingebrochen. So, ich brauch eine Telefonzelle. Äh, vielleicht hätte ich auch... Oh, ist denn mit dir los, Uemchen? Ich weiß nicht, wie du fühlst. Oh, sorry. Sorry, dearie. Bitte nicht jemanden. I promise they'll stop crying. I'll take my joy. I promise. Hey, Liz! Oh, 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 ich wollte das doch gar nicht klauen. Oh, scheiße, der stand Stil, ne? Ja, ja. Oh, guck mal, was ist das denn hier? Spielplatz. Okay, schnell weiter. Willst du ein Auto? Ich wollte auch schon mal so ein Auto haben als Kind. Aber leider habe ich kein... Komm, ich halte lieber die Klappe. Ich muss jetzt nicht mehr gelaufen, ne? Meine Güte, heute ist immer schlimm. Ist das die... Sind wir schon wieder da oben? Nein, das ist eine andere Brücke. Ach, die geht da rüber. Ist das die Quarantäne-Brücke? Ne, ist was anderes. Oh, Alter, guck mal, voll der Mob, Alter! Ich habe voll den Mob hinter mir. Alter, ich muss irgendwo Zeitung lesen. Okay. Ich gehe Zeitung lesen. Okay, vielleicht doch nicht. Haben nachgelassen, ja? Okay, wir haben ein Problem, jetzt weiter Coins zu farmen. Wir müssen jetzt erst mal... Oh, ist mir hier los. Blood in the Streets, Encounterfront. Talk to Mrs. Sackwell, completed. Power of the Donuts, Detector. Äh, achso, was soll ich jetzt machen mit der Saddle Lady? Okay, ich gehe mal mit... Oh, ja, ist ja gut. Ich muss jetzt hier überlegen. Kann ich mal stehen bleiben irgendwo? Die ganze Zeit. Oh, ja, da kann ich doch irgendwie reingehen. Guck mal, das ist ein bisschen wie bei... Was ist denn hier? House of Courage Behavours was actually done. Ich komme wieder. Noch ein Neu-Quest. Meine Güte. Guck mal, was ist das denn jetzt hier? Police. Glass Bottle. Hier sind keine Telefonzellen. Das scheint ein altes Überbleibsel zu sein. Noch mehr Police. Guck mal, ah. Was macht der da? Macht der da. Hold to Repair. Broken pump. Ich würde gerne diese Dinger hier nehmen. Dann muss ich die nicht kaufen. Search Locker. Toll, umsonst aufgebrochen. Das ist hier nichts. Schade. Da auch nicht. Die brauche ich. So eine Wealth. Climb. Great. Pick up mechanical parts. Raincoat. Hallo. Rühren. Rühren, Männer. Lovely day for it. Rühren, Männer. Idioten. 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 Seid ihr für Polizisten. Ich glaube, ich muss mal nach rechts laufen. Ein bisschen Geld sammeln. Irgendwas verkaufen. Ich könnte ein paar Typen umhauen. Die haben bestimmt alle Geld. Ich meine, ich habe doch eine tolle Pfanne. Ich will nochmal irgendwo einbrechen. Hier ist unser Zuhause. Okay. Können wir mal hier lang gehen und gucken, ob wir ein Haus finden? Die haben rote Türen, ne? Und dann noch mehr Bullen. Alright. Was ist das denn hier? Gibt es hier Waffen? Hallo. Ich steile mal. Willst du eine Quest? Keine. Butter. We will make blah. Jerky. Oh, guck mal. Essen. Aber ich kann ihm auch nichts verkaufen. Jetzt recht nicht. Dem. Na gut. Guck mal. Cleaver. Boah. Ich brauche mehr Geld. Boah, ich brauche eine Methode, wie ich Geld farme, Leute. Tipps in die Kommentare. Tipps in die Kommentare. Okay. Wir müssen laufen da lang. Komm, wir gehen mal ein bisschen. Ja, wir müssen ja nicht mal rennen. So, wir sind ja sowieso immer Kunden. Ductape. Ductape. Downer Investigation Wars. Boah, so viele Quests hier. Was ist denn los? Wir haben überall Leichen. Aber warum? Irgendein Massenmänner läuft hier rum. Wollen wir mal lesen. Little Bits. Oh, hello dear. So viele alte Omis. Die sind alle gleich aus. Die werden in so eine Fabrik hergestellt. Nein. Kein weiteres Haus hier. Oder muss ich das erst irgendwie... finden? Nein. Nein. Nein, ich bin nicht down. Ich bin glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin die glücklichste Person hier. Watch the rush. Okay. Okay. Hier ist nichts. Guck mal, hier sind überall Gassen. Aber hier ist kein Haus. 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 Ich habe erst ein Haus richtig durchlootet. Eins nur halb. Battle Bits. Loots. There you are. Okay, gehen wir mal hier lang. Essen ist halt ein bisschen mau gerade. Aber wir haben ja hier, Gott sei Dank, ein paar Bärchen. Okay. Ist das noch so ein Happy? Okay. Happiness is a choice. Yeah, happiness is a choice. Nice. Dann, 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 dann. Dann, dann. Dann, dann, dann. Ich bin so glücklich. Gn, 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 gn. Oh. Jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Also, da. La, 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 la. Da. Oh Gott, creepy. Na, ruhe dich auf. So. Ich hoffe, jetzt die ganze Zeit hier rum. So, wir haben da noch vielleicht was. Aber wir haben hier zwei Häuser. Drei Häuser. Zwei gegenüber. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Hier war ich aber schon drin. Aber ich hab noch nicht alles durchleutet. Potato. Glasbottle. Blue Crunt. Oh, nochmal auffüllen. Oh, glückliches Wasser. Oh. Überdosis. Oh, guck mal, wie viel Essen hier ist. Alter, ein Steak. Geil. Weg mit den Glasbottles. Und weg damit. Kannst du die behalten. Oh, was ist das denn? Trap Controls. Shh. Nee. Keine Alarm anmachen. Oh, hat funktioniert. Bong. Die Pfanne war ein bisschen laut. Pipe. Oh. Noch eine Waffe. Oh, du Schöne. Sehr schön. Requires basic lockpick. Ach so. Machen wir das mal. Können wir die Falle deaktivieren? Sehr gut. Äh. No room in inventory. Oh, lol. Lol. Alkohol ist doch eigentlich wichtig. Hier, Essen war jetzt doof. So. Muss unbedingt nochmal Sachen wegtun. Komm als nächstes. Aber in der nächsten Folge schaffen wir jetzt nicht mehr. Oh, gerade das Ding hier entschärfen. Oh, cool. It needs clever tread rule. Hold reverse polarity. Ach, ich kann hier einfach durchkriechen. Na gut, Leute. Wie auch immer. Ich speichere gerade mal ab. Und dann sehen wir uns nächste Folge hier wieder. Und würde sagen, bis dahin haut rein, Leute. Und vergesst nicht Daumen nach oben oder ein Abo dalassen, falls ihr es nicht getan habt. Und, äh, ich hab euch lieb. Haut rein. Hä? Und, äh, ich hab euch lieb. Und, äh, ich hab euch lieb. Und, äh, ich hab euch lieb.